was für ein schöner tag in der wohnung chillen keine sonne ich setz mir meine sonne und dann erstmal eine frische Fanta zu mir nehmen ich sage Prost Leute also heute ist der zweite Testvideo was wir machen deswegen haben wir jetzt hier ein paar Tests gemacht und ich würde sagen wir machen noch ein dritten Testvideo extra für euch und dann arbeiten wir auf das Hauptvideo und ich würde mich sehr freuen wenn ihr alle einen Abonnenten like da lasst ich habe in zwei Wochen Geburtstag ich hätte mir da gerne 5000 Abonnenten gewünscht aber Leute das kriege ich nicht hin und es ist auch nicht so wild denn ich möchte für euch Content produzieren und das bekommt ihr also bis dahin das war das zweite Testvideo mal gucken wie das ankommt diesmal ohne Ständer und das dritte Testvideo wird dann nochmal ganz speziell bis dahin Dankeschön dass ihr da gewesen seid tschau tschau bis zum Hauptvideo oder dritten Testvideo aber nicht alles ist fähig geschlagen das möchte ich euch hier nochmal kurz zeigen denn hier haben wir die Ausleuchtung deutlich besser gemacht ihr seht jetzt gleich den Beispiel noch beim nächsten Mal dass diese Audio nicht so gut ist hier sieht man einfach dass das Grüne viel zu unterschiedlich laufen und das ist auf jeden Fall mal einen kleinen Erfolg aber wir sind dran wir werden weiter Testvideos machen bis wir alles erreicht haben Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao